Dann würde ich an dieser Stelle sagen, einfach nochmal einen großen Applaus an die Technik, dass wir hier nochmal eine Alternative geschaffen haben. Und das auch einmal kurz in Form von Plussen und Sternchen und Bizeps für diejenigen, die hier gerne pumpen gehen, in den Chat. Und dann kann Adriano auch sehen, wer alles beteiligt ist an dem Ganzen oder wer noch alles da ist. Adriano, haben wir eine große Beteiligung? Haben wir gut Leute dabei? Sind ausreichend da, um uns zu bestärken, zu bepowern und überhaupt? Ja, wir haben treue Volksleute. Wir haben mindestens 21 Schuzeleute, die auch jetzt noch dabei sind. Und wir haben Feuer, wir haben Plusse, wir haben Freude. Ja, sehr gut. Perfekt. Dann sind wir jetzt hier mit digital, on fire, online und on air und überhaupt, was man on alles sein kann. Und ich übergebe das Wort an Nele. Ja, jetzt könnt ihr mich ja auch sehen. Und ohne Zeit zu verschwenden, würde ich gerne das erste Spiel schon anmoderieren. Und zwar heißt das Spiel Satzklau. Und wir haben jetzt hier, wie ihr schon seht, drei wunderbare SpielerInnen. Und die werden gleich jeweils eine Rede halten. Das Besondere daran ist, dass sie jeweils die Sätze der anderen übernehmen müssen und damit weiter ihre Rede weiterführen müssen und sozusagen die Sätze wieder in ihren Kontext einwenden müssen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Inspiration von euch erst mal. Und zwar wird Theo Deich ein Produkt verkaufen? Die Frage an den Chat an dieser Stelle. Welches Produkt wird Theo Deich verkaufen? Ah, da bin ich gespannt. Es kann ein sehr ausgefeindes Produkt sein. Es kann ein ganz normales, reguläres Produkt sein. Da ist einfach die Frage, welches Produkt wird Theo Deich verkaufen? Und hier meine Frage an Adrian, unser Sprachrohr. Welches Produkt wurde im Chat genannt? Ja, da ich eine lange Leitung habe, müssen wir mal kurz die Plusse. Wir haben einen wahnsinnigen Zulauf. Wir haben sehr viele Plusse, sehr viele Plusse. Wir müssen noch so ungefähr, ich sage mal, ein Herz und eine Aubergine wohnen. So, genau. Klopapier. Klopapier. Theo, du wirst gleich Klopapier. Mensch, das wurde ein Taubenmassagegerät. Du wirst Klopapier für Tauben gleich als Produkt betreten. Das ist natürlich sehr relevant. Forschungslücke, wissen wir. Und zwar haben wir auch hier noch Fischi. Und Fischi wird gleich als Influencer ein Geständnis-Video hochladen. Und jetzt wieder die Frage an den Chat. Welches Geständnis wird Fischis Rodde gleich machen müssen? Was muss Fischi gleich gestehen? Es ist sicherlich sehr unangenehm. Schreibt es in die Kommentare. Also, ihr dürft auch gerne weiter in Plusse schreiben, etc. Das dürft ihr auch noch weiterhin. Aber wenn welche Form von Geständnis wird Fischi? Hat er irgendwas geklaut? Hat er irgendwas versteckt? Ist er gar nicht Fischi? Und wer ist er sonst? Schreibt es rein. Und Adrian, wieder die Frage an dich. Hast du schon was Schönes für mich? Hast du irgendeine Inspirationsquelle schon gesehen? Ja, also die Nachrichten, die trulen im World Wide Web, da ist viel Verkehr und alles braucht seine Zeit. Gut Ding soll beide haben. Und wir können nochmal die besten Hits von der letzten Runde haben. Wir haben hier noch eine Käsereibe, ein Hafer-Nagellack, noch noch Chemtrails aus der Spraydose. Hammer. Unglaublich. Okay, er hasst es, Influencer zu sein. Ja. Ja. Sehr relevant. Genau. Fischi, du hasst es, Influencer zu sein. Ja. Alles klar. Und jetzt haben wir natürlich noch, last but not least, Michelle. Und Michelle wird gleich ihre Doktorarbeit verteidigen müssen. Es ist eine sehr relevante Doktorarbeit. Und wir wissen natürlich auch alle, zu welchem Fachbereich. Und zwar, in welchem Fachbereich handelt es sich hierbei? In welchem Fachbereich hat Michelle ihre Doktorarbeit geschrieben? Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Sehr relevant, Dr. A. Ja, okay. Schreibt es in den Chat. Genau, schreibt es in den Chat. Es ist leider alles immer ein bisschen verzögert, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wir werden ein gutes Fachbereich für Michelle finden. Ein gutes Fachbereich, genau. Genau. Adrian, hast du schon irgendwas für mich? Leider noch nicht. Leider noch nicht. Ich kann die Krise reinigen. Astrologie. 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 Sterne. Wunderbar. Super. Dann haben wir einmal Theo, der Toilettenpapier für Tauben gleich promoten wird. Wir haben Fischi, der uns gleich gestehen wird, dass er es hasst, Influencer zu sein. Und Michelle, die ihre Doktorarbeit in Astrologie natürlich verteidigen wird. Dann würde ich sagen, zählen wir ein. Adrian, ich schalte uns gleich einmal aus. Und dann ist die Bühne frei. Und ihr könnt gleich in den Chat noch einmal schreiben, los, wenn es losgeht. Und zwar ziehen wir ein. Drei, zwei, eins, los. Ja, herzlich willkommen, liebe Macher, hier bei ErbseTV. Ihr habt es schon mitbekommen. Ich wollte einen kleinen Real Talk machen zu euch, meine lieben Macherinnen und Macher. Und ja, was will ich eigentlich sagen? Ich habe kein Bock mehr auf euch. Was will ich eigentlich sagen? Was ich sagen möchte, ist doch ganz klar. Tauben haben ein Recht auf Hygiene. Ja, wer war denn in der Geschichte? Wer war denn in der Geschichte, wenn wir uns wirklich hinterfragen bisher, schon auf dem Mars? Niemand. Deswegen möchte ich jetzt hier in meiner Doktorarbeit beweisen, dass Astrologie und Astronomie eigentlich genau dasselbe ist. Und dass man Sternbilder ebenso auf dem Mars finden kann, wie jetzt hier auch bei uns auf der Erde. Und darum ging das Ganze. Und darum ging das Ganze. Ich habe tausende Gratisprodukte bekommen. Wenn mir Leute geschrieben haben, sie sind jetzt schon um 11 Uhr superproduktiv gewesen, da habe ich noch geschlafen und habe mich dann mit meinen Gratislotionen eingerieben. Ich habe gar nicht mehr dieses Leben gelebt, was meine Freunde gelebt haben. Ich habe gar nicht mehr dieses Leben gelebt, was meine Freunde gelebt haben, weil ich mich nur noch dran sah, mir eine eigene Rakete zu bauen, mit der ich zum Mars bringen wollte. Also bin ich als erstes in den Baumarkt gegangen. Also bin ich als erstes in den Baumarkt gegangen und habe dort gefragt, ob die etwas haben. Hatten die nicht. Ich bin danach in Drogerienmärkte gegangen, habe gefragt, ob die etwas haben. Haben die nicht. Es ist ein Problem im veterinären Kontext. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Vögel kacken, weil Sie sich Ihren Hintern nicht abwischen können. Vögel kacken, weil Sie sich Ihren Hintern nicht abwischen können. Und ich schlafe aus, weil ich einfach ein Macher bin. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht nur ein Macher sein. Ich will ein Denker sein. Ich möchte einen neuen Beruf ergreifen. Ich habe es mir gedacht und deswegen habe ich eben die Wörterarbeit überhaupt erst begonnen. Und das Ganze ist dann im Endeffekt so weitergegangen, dass ich mir Probanden gesucht habe, die freiwillig gesagt haben, okay, wir sind verrückt. Wir setzen uns jetzt hier in diese selbstgemachte Rakete aus einem Umzugskarton und lassen uns von Ihnen Richtung Mars schießen. Das ging dann ein bisschen schief, leider. Also im Endeffekt sind nur zwei Probanden von den fünf insgesamt übrig geblieben. Das tut mir ein bisschen leid. Es sind nur zwei Probanden von den insgesamt fünf übrig geblieben. Also an meine fünf Live-Zuschauer. Cool, dass ihr dabei seid. Aber wie schon gesagt, es ist zwar eine große Menge. Ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür. Ich hätte nie gedacht, dass ErbsteTV fünf Zuschauer bekommt. Aber ich möchte wirklich jetzt nicht mehr so weiterleben. Ich kann einfach jetzt auch nicht mehr so weiterleben. Ja, ich habe schon so viele Autos vollgekackt bekommen. So viele Menschen mit wenig Haaren auf dem Kopf haben davon berichtet, dass da etwas landete, wenn sie spazieren gegangen sind. Dass da etwas landete, als sie da spazieren gingen, haben die Mars-Menschen hier dann im Endeffekt per Sonde zukommen lassen. Und das hat mich natürlich enorm gefreut, weil wann kriegt man schon mal ein Signal von Außerirdischen? Wann kriegt man mal ein Signal von Außerirdischen? Ja, und wann kriegt man endlich mal ein Signal von Tauben? Ja, das ist die Frage, was wir gerne verhindern möchten. Das ist die Frage, was wir gerne verhindern möchten. Also vergesst den Promoter-Code ERBSE10. Vergesst diesen Kanal. Ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte normales Leben leben mit Finanzsorgen. Ich möchte Sorgen haben um meinen Job. Ich möchte Sorgen haben um das Ausschlafen. Ich möchte Sorgen haben um das Ausschlafen. Ich möchte Sorgen haben um meinen Job. Ich möchte aber keine Sorgen haben, was in meinen Haaren landet. Ich möchte keine Sorgen haben, was in meinen Haaren landet. Und es ist leider jetzt wirklich so, dass die Außerirdischen demnächst landen werden. Das ist meine Schuld. Ich weiß, ich habe das Ganze nicht angesetzt. Es tut mir auch sehr leid. Aber Forschung hat halt immer sein Opfer. Das bringt sein Opfer normal. Anders kommen wir hier nicht weiter. Forschung hat halt immer sein Opfer. Das bringt es halt auch nicht weiter. Darum wirklich, Leute. Das ist Real Talk. Ich höre auf. Ihr seht mich nicht mehr. Ihr könnt mich vielleicht nochmal ingame antreffen, wenn ich wieder was mache, wenn ich wieder spiele. Aber ich höre auf mit diesem ganzen Streaming, mit dem Geldverdienen, mit den Gratis-Produkten. Mit dem Geldverdienen und all das, was dazugehört. Genau das ist es. Worum es mir nicht geht. Mir geht es um die Sauberheit, die Reinheit. Und die Angst zu verlieren, sich draußen zu zeigen. Darum geht es mir. Deswegen werde ich in Kontakt treten mit diesen Außerirdischen. Und das dann auch als Anhang an meine Doktorarbeit hinzufügen. Das kommt etwas später. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Und das wird der Note auch keinen Absprich tun. Aber damit werde ich mich gleich nächste Woche auseinandersetzen. Damit werde ich mich gleich nächste Woche auseinandersetzen mit dem Arbeitsamt. Ich werde mich arbeitslos melden. Darum jetzt mein letztes Mal für euch die Abmoderation. Ihr seid geiler, ich bin geiler, ich bin ein Macher, ihr nicht. Ich bin ein Macher, ihr nicht. Macht es richtig. Mit Klopapier für Tauben. Ich lasse dich zu den Außerirdischen. Und damit war das Ganze dann auch geklärt. Danke. Und das war unsere Szene. Vielen Dank. Schreibt gerne wieder Sterne, Pluszeichen, alles in den Chat. Gebt nochmal richtig Applaus für unsere drei wunderbaren SpielerInnen, die das hier richtig toll gemacht haben. Und genau, rastet nochmal richtig aus. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an Michelle. Ja genau, wir starten gleich mit der nächsten Szene. Und zwar werden wir da ein Bewerbungsgespräch der etwas anderen Art sehen. Und zwar spielt in diesem Bewerbungsgespräch ein besonderes literarisches Werk eine größere Rolle. Da würde ich einmal die Spielenden bitten, ihre literarischen Werke, die sie ausgewählt haben, in die Kamera zu halten. Da müsstet ihr euch nämlich gleich eins aussuchen, was in dieser Szene dann eine große Rolle spielt. Wir haben einmal Theos Buch, das Känguru-Manifest, ein Klassiker. Dann hat Nele, Wilde Reise durch die Nacht von Walter Mörz. Da kennt ihr nicht dabei. Und Fischi, guten Morgen, Herr Lehrer. Genau, ihr müsstet jetzt einfach einmal den Namen von demjenigen, der jetzt im Buch ihr nachher sehen wollt, in den Chat schreiben. Und dann geht es gleich weiter. Und zwar wird das Ganze so ablaufen, dass der Chef leider nur mit diesem Buch kommunizieren darf. Also er darf nur Sätze aus dem Buch nutzen, um mit seinem Bewerbenden zu sprechen. Ich weiß nicht, Adrian, hast du schon irgendwas, was dir ins Auge springt, dessen Buch hier gleich genutzt wird? Ja, Känguru war der erste Kommentar. Känguru. Alles klar. Gut, Theo, dann bist du gleich der Chef. Und darf nur mit dem Känguru kommunizieren. Dann bräuchte ich noch eine zweite Person, die Lust hat, sich bei Theo zu bewerben. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir auch noch mal eine Abfrage machen, was das Unternehmen ist, wo Lele sich jetzt bewirbt, was die herstellen oder was für eine Dienstleistung die vollbringen, egal was. Ja, wir sind, ich bin hier live im Internet, tatsächlich. Ist das schon was? Das ist ein Internet. Es ist ein Klassiker. Ansonsten frage ich einfach mal an Herrn Fischi, hast du eine Idee, was könnte es für ein Unternehmen sein, wo Lele sich vielleicht gewähren möchte? Ich glaube, jetzt haben wir diese Zeit überspielt, wie ich von Adrians Bemerkung mitbekomme. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, beim Bademeisteramt, dass man einfach schön Bademeister wird, das könnte mit dem Känguru sehr gut passen. oder halt Investmentbanker, ich glaube, da kann man auch gute Sprüche aus dem Känguru-Chroniken-Manifest oder was auch immer das ist, sich wählen. Aber ich bin auch gespannt, was der Chat schreibt. Hier kommt wieder Klopapier für Tauben. Passt irgendwie, würde ich mich da auskennen. Aber mal gucken, was wir noch für schöne Varianten haben. Ja, Theo, ist das nicht dein Paradegebiet? Irgendwie schon. Ich bin sehr drin da drin, aber sehr drin da drin, doppelt hellbar. Sonst kombinieren wir das einfach mal. Fischi, ein Bademeister für Tauben, wie wäre das? Das würde natürlich auch passen. Das Bademeister für Tauben stellt. Ja, ich suche mal einen Bademeister oder Bademeisterin für Tauben. Finde ich super. Okay, dann geht das Ganze los mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Hallo. Ja, ich freue mich voll, dass das jetzt geklappt hat in diesem digitalen Bewerbungsgespräch. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Moment noch, bitte. Okay. Und jetzt? Es versucht zu pfeifen. Ja, mein Laptop ist nicht mehr ganz so neu. Auch einer der Gründe, weswegen ich auch echt jetzt einen Job brauche. Ja, ich pfeife. Ich pfeife. Ich pfeife. Okay, ja. Wenn das so ein Ding ist bei Ihnen, also im Job jetzt, ich kann auch echt gut pfeifen. Ich kann so D-Töne, haben Sie gehört, ne? War gut, oder? Ja. Ja, ja. Okay. Ich bin auch gar nicht so nervös. Ne, ich habe ganz viel gelesen und Sie sind ja wirklich eine ganz besondere Badeanstalt. Und ich finde das ganz faszinierend, wie Sie das da machen. Können Sie noch mal kurz erklären, wie genau Sie das da handhaben? Das ist mein Spruch. Das sind Schnapspralinen. Ah, okay. Ja, cool. Ja, Schnapspralinen ist aber ja gar nicht so gut im Job, ne? Das sind doch bürgerliche Kategorien. Also Sie meinen, das geht dann nicht für uns? Stimmt. Darüber habe ich auch nichts geschrieben. Ach ja, ja dann, also das könnte ich mir gut vorstellen, so eine Schnapspraline. Man liegt so ein bisschen auf der Liegebank. Also Seepferdchen habe ich, das wollte ich nochmal dazu sagen. Seepferdchen habe ich gemacht letztes Jahr. Also auf der Ebene bin ich super ausgebildet. Aber die bekommst du nur, wenn drei unabhängige Pathologen bestätigen, dass ich eines natürlichen Todes gestorben bin. Es ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel im Bewerbungsgespräch, das ist so oft. Ach, das ist immer gut. Ja, oder? Okay, drei Pathologen. Die magische Zahl von drei ist sieben. Und sieben multipliziert 25 ist die Antwort. So. Das macht dann 500 Euro. Die Stunde? Also ich habe mich noch nicht genau mit dem Stundenblum beschäftigt, aber 500 Euro die Stunde wären okay für einen Einstieg? Ja, das will ich auch meinen. Und haben Sie sonst noch irgendwelche besonderen Fragen an mich, also als Bewerberin? Ui, wie niedlich. Okay. Also meine Mutti hat mir immer morgens Kinder wird es nichts geben von Erich Kästner vorgesungen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Lied. Also Ihre Mutter hat bestimmt einen richtig, richtig guten Musikgeschmack. Das sieht man ja schon an ihrer Frisur. Also ich meine, die hat ja generell einen guten Geschmack bei so einem hoch ausgebildeten Bademeister. Sie sind bestimmt fachlich richtig kompetent. Wo hast du den Spruch denn jetzt her? Das möchte ich nicht so ganz sagen. Ja, also mein Vorsatz ist, mehr oder weniger Drogen zu nehmen. Mehr oder weniger? Mehr oder weniger Drogen zu nehmen halt. Okay, also dann mit der Schnapspraline kämen wir ja schon ein bisschen voran dann, ne? Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Body mitbringen zur ersten Schicht oder so. Ach, also ich habe immer gehofft, die Schokolade käme wirklich aus den Alpen, weißt du? Aus den Alpen? Was gibt es denn? Ach, so Kräuterlikör und sowas, was gibt es denn in den Alpen, ne? Stimmt, stimmt. Ich habe noch mal eine Frage. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, genau da. Ich weiß, also ich habe ja, wie gesagt, Seepferdchen habe ich, alles ist gar kein Problem. Ich kann mich auch echt gut bewegen im Wasser. Aber das mit der Gebärdensprache, das kriege ich noch nicht so gut hin. Können Sie mir da noch mal Tipps geben? Sie hörten das Mantra der Postmoderne. Okay. Also langsam werde ich unsicher, ob ich den Job wirklich will. Da! Dein Bad Blackberry klingelt. Es ist die Europäische Kommission. Wow. Ähm, wie viele MitarbeiterInnen haben Sie denn sonst? Oh nein, Robin. Ähm, er zieht das Geld im Kreislauf. Ja, Wirtschaft, das ist auf jeden Fall ein relevantes Thema, auch im Beruf. Aber reden wir über hier eine öffentliche Stelle oder ist das eher so, Privat-Bademeisterin bei Ihnen zu Hause. Ich kriege gerade Zweifel. Du denkst bestimmt an unsere Wunderwaffe, ne? Ja, ja, die. Har, 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 har. Und wie würdest du das denn jetzt machen? Das frage ich mich auch gerade. Du könntest auch einfach deine Kontakte zur chinesischen Regierung nutzen. Ja, ja. War echt richtig nett, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ähm, ich habe da doch spontan noch ein anderes Angebot bekommen. Für wen? Hm? Für wen? Ähm, äh, äh, für, für, äh, Blumensträuße beliefern. International aufgrund von Zuwachs und Maraunenstation. Ja, für den Herrn, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen, ne? Ja, genau. Äh, ja, ich würde mich dann verabschieden. War echt richtig nett, mit Ihnen zu plaudern. Ja, wir haben alle Fragen an Gott und ich finde Tackern super. Ja. Gerade zu Gesicht vergessen, das ist jetzt auch. Danke. Ja, vielen Dank. Gerne visuell einen Applaus einmal, ein Applaus vom Fluss oder stellen für die beiden. Und damit übergebe ich auch direkt. Äh, zunächst zu gehen, ne? Ja, dann mache ich weiter. Und ich stelle einfach jetzt schon mal am Anfang die Frage, werde dann anmoderieren und hoffe, dass dann irgendwann auch die Antwort kommt durch die Verzögerung. Und zwar möchte ich gleich einmal im Chat haben, ein Produkt. Es werden nämlich gleich zwei Spielende ein Produkt zurückgeben. Das brauche ich einmal. Und ein Problem mit dem Produkt. Dass ihr also auch schreibt, was stimmt damit nicht? Ähm, es kann auch irgendwas komplett Abstruses sein. Es muss nicht unbedingt mit dem Produkt logisch und rational zu tun haben. Es kann einfach sein, das ist eine Barbie-Puppe, welche ein Kind bekommen hat, also schwanger war. Es kann ein Duschvorhang sein, welcher über Bluetooth funktioniert und dann auch ein Splatscreen ist, welcher aber immer nur Barbie-Girl abspielt und so weiter. Ich habe irgendwie Barbie im Kopf, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber so in der Art kann es sein. Und zwar werden gleich zwei Spielende. Und darum ist die Frage, wer von euch möchte das übernehmen? Vielleicht, ja, wer bleibt mit der Kamera an? Wer macht die Kamera aus? Was ich da... Okay, Nel hat sich entklinkt. Michelle ist alleine da. Und Theo ist wieder da. Ihr beiden werdet das gleich machen. Die beiden werden gleich, wenn Adrian Bescheid sagt, aber das darf er jetzt noch nicht machen, noch hören sie uns ja, gleich reinkommen. Ich werde der Verkäufer sein und sie möchten das Produkt zurückgeben, ohne zu wissen, was sie da eigentlich zurückgeben und was der Defekt dabei ist. Und werden also versuchen, das zu erraten. Und das Ziel ist es am Ende, dass sie das geschafft haben. Darum würde ich euch ja mal bitten, Michelle und Theo, dass ihr den Ton ausmacht, damit ihr uns nicht mehr hört. Ich weiß nicht, ab wann ihr uns nicht mehr hört. Okay, der Finger ist noch oben. Ihr seht beide blöd aus. Manch, was sollt ihr denn für Fratzen? Okay, ja, ich glaube, die reagieren nicht sehr gut und schellert sich noch die Ohren zu. Adriano, gibt es schon was im Chat? Ja. Danke für die zeitliche Passung. Wir haben nämlich eine Sicherheitskamera, die immer Backstreet Boys singt. Zum Kirsten. Ja, klingt sehr gut. Das ist eine schöne Warnung. Ja, oder? Zungenpiercing, das Essen nach Kotze schmecken lässt. Das stelle ich mir auch sehr witzig vor. Ja, sehr gut. Der Klassiker für jeden Büroalltag. Ein Locher, der bei der Benutzung pupst. Das könnte ja, glaube ich, sogar ein echtes Scherzartikel sein. Ich glaube, ich würde mal mit dem Zungenpiercing gehen. Das finde ich sehr interessant. Da bin ich gespannt, ob die darauf kommen werden, ob man überhaupt da was mit raten kann, dass es was mit dem Körperschmuck zu tun hat. Also ein Zungenpiercing, der alles nach Kotze schmecken lässt. Ist das richtig? Genau. Perfekt. Okay. Von Ziyamin. Zungenpiercing, das alles nach Kotze schmecken lässt. Sehr gut. Dann vielen Dank. Dann halte ich aber den Daumen hoch. Ich hoffe, die beiden sehen das und können den Ton wieder einschalten. Ja. Ja. Ihr hört uns. Ihr seht uns. Dann geht auch diese Szene los mit 3, 2, 1, los. Herzlich willkommen zur Kundenhotline. Sie hatten vorher schon angegeben, dass Sie ein Problem mit einem unserer Produkte haben. Ja, so sieht es aus. Ich werde es gleich mal ausformulieren. Ja, wir sind wirklich unzufrieden, muss ich mal sagen, mein Mann und ich. Ja. Ich habe ihn gekauft. Genau. Und das Leben ein bisschen angenehmer wird. Und dann haben wir es zu Hause ausgepackt und in die Küche gestellt. Also Sie haben das bei sich selbst gemacht, ohne professionelle Hilfe. Also das ist schon ordentlich. Und für wen war das denn jetzt genau? Also ich meine gerade Ihr Mann und Sie, aber es ist ja eigentlich nur eine Person. Also ich glaube, vielleicht kann man das auch tauschen. Stelle ich mir aber nicht hygienisch vor, muss ich leider sagen. Darum ist da die Frage, haben Sie es für eine bestimmte Person geholt? Ja, also wir haben es für uns. Nee, wir tauschen da will durch einfach. Ja, genau. Sehr gut. Okay, das ist auch mal was Neues. Ja, und dann haben Sie es in der Küche gemacht. Das ist gut, das ist ja fließend Wasser. Da kann man bestimmt, sollte es irgendwie dann anfangen zu bluten, wenn Sie doch nichts professionell machen, dass es dann einfach geht. Ja, also wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Ja, das ist ja was für ein Körper. Kann man so sagen, ja. Genau. Und es ist ja auch elektronisch betrieben. Dies Produkt jetzt eigentlich nicht. Das läuft ohne Strom, ohne Elektronik. Das ist auch stressiger ohne. Muss man ja einfach mal kurz gesagt haben. Genau, ja. Also es wird bestimmt auch noch irgendwann Elektronik geben, aber wir haben noch die alten Produkte. Also manuell? Ja, eigentlich macht es ja nichts. Also sind wir mal ehrlich, das Produkt macht nichts. Das muss schon ich machen mit dem Produkt. Ja, Sie machen eigentlich auch nichts. Sie haben es einfach. Ja, man hat es halt einfach, genau. Man hat es einfach. Und das ist stressig. Voll. Das hat ja schon fast jeder Mensch. Nee, es ist nicht so doll vertreten. Also es ist immer noch eine bestimmte Szene, die das benutzt. Aber ja, jeder hat das noch nicht. Aber wir hoffen natürlich, wir machen weiter Werbung damit. Das ist, weil es so umweltbewusst ist. Also ja, natürlich, unsere Produkte sind sehr nachhaltig. Ich würde Sie gerne fragen, wer von Ihnen besitzt das gerade? Also ich habe es gerade bei niemandem genau gesehen, vielleicht weil Ihre Aussprache auch noch nicht so deutlich war. Sie, der Herr, haben das. Schatz, lächel mal. Genau, zeigen Sie es uns einfach. Nee, also so kann ich es ja noch nicht sehen. Also wenn Sie sich einmal das Produkt zeigen könnten. Schatz, zeig mal dein Gebiss bitte. Zeig es einfach bitte. Ja, genau. Aber jetzt kann ich schon ein bisschen mehr erkennen, aber halt immer noch nicht genau. Also Sie wissen ja, wo das ist. Es heißt ja auch so, ja, jetzt kann ich es schon besser sehen. Ja, okay. Ich versuche mit der Zunge drauf zu zeigen. Ja, das mache ich das. Es ist halt schwierig, wenn es halt auf der Zunge ist, mit der Zunge drauf zu zeigen. Aber ja, vielen Dank dafür. Der Zungenbelag. Manche nennen es Zungenbelag, manche nennen es auch anders. Das ist ja auch ein Schmuck. Ja, Piercing. Ja, Schatz, zeig nochmal dein Piercing. Ja. Ah, sehr gut. Genau, den und den haben wir uns geholt, für uns beide. Mal ein bisschen Geld sparen müssen. Zum Teil. Dann holen wir ein für zwei, genau. Ja, aber es sieht ja eigentlich, also vom Äußerlichen würde ich sagen, das ist nicht defekt. Was war denn Ihr Problem mit diesem Produkt? Nee, das Ding ist, wir haben es einfach nicht heimbekommen. Also wir mussten jetzt echt kämpfen, damit mein Schatz das da in den Mund kriegt. Ja, aber jetzt hat es ja geklappt. Also daran kann es ja nicht liegen, wenn Ihr Mann das jetzt auch gerade schon trägt. Nee, da haben Sie recht. Genau, das war nur ein bisschen schwierig. Das mochte ich von Anfang an nicht am Produkt. Also, aber er kann auch nicht mehr so gut reden jetzt. Der war mal richtig gesprächig. Ja. Ja, also das sollte ja für Sie, glaube ich, kein Problem sein, wenn der Mann mal ein bisschen ruhiger ist. Aber das ist ja jetzt auch nicht so unbedingt das Problem. Nee, haben Sie recht. Manche Leute beschweren sich natürlich, dass sich etwas dann verändert. Wenn man, ja, der Mann, ihr Mann möchte reden? Es färbt sich. Es färbt sich. Ja, das ist ja dieses besondere Modell. Also das ist kein Fehler, das ist ja ein Feature. Das hatten Sie auch extra so geholt. Also das werden wir jetzt nicht akzeptieren, als Grund es zurückzunehmen. Ja, aber es rostet halt auch. Ja, genau. Das ist natürlich ein Problem, aber dann können Sie einfach ein zweites Produkt bei uns kaufen. Das stand auch so unten im Kleingedruckten drin, dass das Produkt nur für zwei Tage oder so erlaubt ist. Aber gehört das auch dazu, dass sich die Sprache ändert? Weil manchmal kommt auf einmal Spanisch bei Ihnen raus. Nee, mit der Sprache hat es ja nichts zu tun. Und manche beschweren sich halt, dass ja generell die ganzen Gewohnheiten, etwas, was früher völlig normal ist, aber als sich verändert hat, das natürlich schwieriger ist. Weil die Zunge hat ja einen bestimmten Zweck im Körper. Ja, zum Essen, zum Sprechen. Genau. Beim Essen macht es ja auch etwas Bestimmtes. Schmecken. Ja. Mein Mann sagt, es schmeckt ganz komisch. Das ist gar nichts mehr. Und können Sie dieses komisch genauer beschreiben? Wonach schmeckt es jetzt, wenn Sie was essen? Süßiges schmeckt einmal salzig. Salzig? Ja, also natürlich, das vergehen unterschiedlich. Für mich schmeckt das nicht salzig, wenn ich das bei mir habe. Er hat auch von Umami gesprochen, teilweise. Umami, dann haben Sie aber einen sehr interessanten Magen, muss ich sagen, wenn das Umami dann schmeckt. Also manchmal war es auch bitter. So brennt er. So brennt, oh ja. Bitter, so brennt. Magenäure. Wenn wir alles zusammennehmen, was kommt da raus? Magenschmerzen. Wenn Sie Magenschmerzen haben, was kommt dann hoch? Ich muss manchmal aufstoßen. Genau. Manchmal mit ein bisschen Gasen und manchmal halt auch mit ein bisschen Land. Er kotzt eigentlich quasi. Eigentlich kotzt er die ganze Zeit. Also ich bin so eine Form von Wiederkäuer, seit ich das Ding habe. Das ist richtig. Ja, das könnte natürlich daran liegen, unsere Produkte ist ja nicht daran schuld, dass sie kotzen, sondern es versucht ja einfach nur den Geschmack zu verändern. So hin, dass ich alles schlecht schmecke oder was? Ja, genau. Und wenn Sie jetzt nochmal sagen könnten, wonach schmeckt das denn alles? Also nicht, dass es hochkommt, sondern... Nach Erbrochenes. Das ist natürlich ein Problem. Also wenn Sie nochmal zusammenfassen. Was haben Sie gekauft und was ist das Problem damit? Wir haben Zungenpiercing gekauft, den wir uns rein wollten. Und wenn man den reinmacht, schmeckt man nur Erbrochenes. Eckehaft. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Darum würde ich Ihnen einfach den Link nochmal zu unserer Internetwebsite schicken und dann können Sie sich da ein neues Produkt aussuchen und mit dem Rabattcode kotze, kotze, kotze kriegen Sie einfach 15% und ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung für Sie. Ja, super. Vielen Dank. Alles klar. Dann ja, vielen Dank für Ihre Treue zu unserem Shop und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit dem Zungenpiercing. Machen Sie es gut. Tschüss. Sie auch. Dankeschön. Danke. Und das war die Szene. Sehr schön. Vielen Dank. Da wieder 1, 2, 3, Plusse oder Sternchen in den Chat. Und ich übergebe jetzt das Wort und die Moderation an Theo. Super. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir jetzt zur letzten Szene des heutigen digitalen Abends kommen, möchten wir das gerne etwas romantisch ausklingen lassen. Wir haben gedacht, wir werden jetzt nochmal ein Date darstellen und es muss natürlich ein besonderes Date sein. Wir haben ein ganz besonderes Date. Simon wird sich gleich auf ein Date begeben. Ja, und wird gleich eine weitere Person daten, die wiederum von Nele und Michelle gleichzeitig sozusagen dargestellt wird. Ja, beziehungsweise im Wechsel. Aber Nele und Schelle werden zusammen ein und dieselbe Person spielen. Wiederum spielen sie bestimmte Charakterzüge, sag ich jetzt einfach mal, von dieser einen Person. Und da wäre jetzt die Frage, was für eine besondere Eigenschaft, was für eine besondere Emotion darf Nele haben? Was ist so ihre ganz persönliche Emotion, mit der sie, wenn sie im Vordergrund ist, immer zu sehen sein wird, von der sie ihre Grundmotivation hernimmt? Das wäre jetzt eine Frage an Adrian, unser Sprachrohr zu euch da draußen. Welche Emotion wurde hier ganz gut genannt oder war dir sehr schnell im Auge? Oder wird in der Zukunft genannt. Wir leben ja hier schon in der Zukunft. Ja, die Leute wollen erstmal noch den Rabattcode haben. Kotze, kotze, kotze. Damit kriegt man 15 Prozent. Das ist das. Ja. Ja, und die Charakterzüge sind Sarkasmus. Steffi möchte nämlich Sarkasmus haben. Steffi möchte gerne Sarkasmus haben. Alles klar, Steffi. Diese Emotion ist jetzt nur für dich. Sarkastische Emotionen. Wer fühlt sich nicht sarkastisch? Genau, sehr schön. Nelu bist eine sehr sarkastische Person. Aber natürlich ist dein Interesse noch groß an den Charakter von Simon. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir nochmal eine andere Emotion, die so ein bisschen gegenteilig von Sarkasmus ist. Oder ein gutes Gegenpol zum Thema Sarkasmus. Was dann Schelle gleich vordergründlich spielen darf. Adrian, was haben wir da? Ja, also ich weiß nicht, ob innerlich tot ist. Ist das nicht auch Sarkasmus? Ich weiß es nicht. Oder der Wutbürger. Ist es nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Depressiv. Wir sind alle... Was haben wir hier? Bemacher TV möchte depressiv. Julius Mayer möchte Narzissmus. Narzissmus ist ja eigentlich... Wer ja auch was Feines ist. Ein sehr selbstverliebter Mensch. Ein, sagen wir mal, euphorisch selbstverliebter Mensch. Ja. Also das... Bauen wir das vielleicht einfach mal mit rein. Oder dann... Wir haben hier noch jemanden, der Hunger hat und einen Klugscheißer. Einen Klugscheißer. Ich finde, Sarkasmus und Klugscheißer kann man vielleicht sogar kombinieren, Nele. Falls du dich von beiden Zügen inspiriert fehlen möchtest, können wir das sogar so kombinieren. Dann habt ihr auf jeden Fall zwei Pole, von denen ihr euch bedienen könnt. Und Michelle, du bist sehr, sehr fröhlich. Und es ist vor allen Dingen, weil alles um dich geht. Ganz klassisch. Wer kennt das halt nicht? Unangenehm ehrlich. Unangenehm ehrlich möchte die Macht auch noch haben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich kenne die Macht sehr gut und weiß, was ihr damit sagen wollt. Okay, vielleicht kriegen wir das, kriegen wir vielleicht auch mal unangenehm ehrlich mal eingebaut. Mal gucken. Sehr schön. Dann möchte ich einmal bitten, wir fangen mal mit Michelle an. Immerhin dreht sich ja alles um sie. Und Nele schaltet erstmal schon ihr Video aus. Und wir werden uns gleich ein wunderschönes Chatroulette angucken, bei dem diese zwei Charaktere zutreffen. Und weil es die letzte Szene ist, haut umso mehr gleich ein Los rein in den Chat. Am besten alles mit Großbuchstaben, tausend Ausrufezeichen und ein Eins dazwischen. Und die Szene beginnt mit drei, zwei, eins. Drei, eins, los. Hallo, Thomas. Ja, sehr schön, dass es jetzt... Hallo, kannst du mich hören? Kannst du meine zarte Stimme schon hören? Ja, ich höre die sehr gut. Schön, dass es geklappt hat jetzt mit uns nach dem Schreiben. Und schön, dass man jetzt auch mal ein Bild vor Augen hat. Ich kannte ja nur dein Profilbild. Ich möchte dich einmal ganz kurz ausblenden, sonst habe ich mich ziemlich gerufen. Ich sehe dich dann nicht mehr, aber ich höre dich ja. Das reicht ja. Okay, ja, dann können wir auch so das machen. Sonst hätte man auch telefonieren können, aber dann kannst du einfach meine Stimme hören. Ja, ich hatte mich die Frage, ich kannte dich jetzt nur vom Schreiben. Und da hast du ja Google als Profilbild gehabt. Einfach die Startseite von Google. Genau. Und das fragt mich ja schon, wieso nimmt man einfach die Startseite von Google da? Das ist natürlich eine gute Frage. Warum soll man sie nicht nehmen, ne? Ist halt auch eine angebrachte Frage. Ja, das stimmt. Und außerdem, Startseite darfst du halt nicht verwechseln mit Spielpitschern, ne? Also das ist ja noch Desktop. Das sind ja zwei unterschiedliche Pole. Also das weißt du ja nicht. Okay, ja, also du bist anscheinend sehr begabt, was so die Medien angeht. Also arbeitest du auch in dem Medienbereich, oder? Oh, warte. Ja, genau. Also Medien sind voll mein Ding. Ich weiß nicht, ich kann dir auch gerne ein paar andere Projekte von dir mal zukommen lassen. Das haben dir allen sehr gut gefallen. Ja, das würde mich schon interessieren. Ja, ja. Und du hattest jetzt ja auch geschrieben, dass das ja gerade mit dem Wohnungsmarkt bei dir ein bisschen schwieriger ist. Also bist du noch auf Wohnungssuche, oder? Ich habe jetzt gerade eine Wohnung gefunden. Ich habe mich so gefreut. Und du passt perfekt in mir. Eine wunderschöne Wohnung, wirklich. Also wenn du möchtest, darfst du eventuell auch mal zu Besuch kommen. Eventuell. Das würde mich schon freuen, ja. Wenn du die Lagerung ein bisschen beruhigt hast. Aber ist natürlich nicht umsonst. Also, ne? Kostet dann auch Miete. Ich nehme dann so eine Tagesmiete. Achso, okay. Also so. Ich bin schon fast. Oh, da bin ich schon ein bisschen drauf reingefallen gerade. Ja. Ja, ja, du bist ja auch, ne? So ein Kleiner, ne? Wie meinst du das? Was bin ich? Ja, du, ne? Du hast so dein Ding, deine Welt. Aber... Ja, genau. Also ich würde auch sagen, also wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch. Dann blende ich auch alles aus und so. Also, ja. Ich kann ja nochmal zu mir sagen, du hattest... Moment, du hast ja gesagt, du blendest alles aus. Ja, also wenn ich ein Projekt oder so habe, dann fokussiere ich mich schon auf meine Arbeit. Also ich bin sehr fleißig. Also ich muss schon sagen, wenn ich in einer Beziehung bin, was heute nicht vorkommt, dann brauche ich schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, nee, das ist natürlich klar, ja. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Also eine Work-Life-Balance, die werde ich dann auch haben und da werde ich mich natürlich auch um dich kümmern und für dich da sein, dass wir da zwei Zeit verbringen. Ich finde es schön, dass wir schon das Thema Beziehung ansprechen. Also manche Leute gehen es ja langsamer an, aber schön, dass wir einfach direkt zu Wort kommen, ja. Ja, was bedeutet denn Beziehung für dich eigentlich? Beziehung, ja, das ist auf jeden Fall Vertrauen gegenseitig, dass man sich aufeinander verlassen kann, gemeinsam durch dick und dünn gehen. Ja, also okay, ich finde, wir haben jetzt auch genug von dir geredet. Also für mich bedeutet eine Beziehung halt, wie gesagt, vor allem ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, romantisch zu sein. Das wäre mir auch noch relativ wichtig. Ja. Und einfach auch gern zusammen shoppen reden, das mache ich auch richtig gerne. Wie würdest du dir denn so einen schönen Abend vorstellen? Also nehmen wir mal an, du bist jetzt mit deinem Freund, wie stellst du dir einen wunderschönen Abend vor? Also ich würde sagen, eine Dose Bier, ganz wenig Beachtung, sodass ich fast sterbe vor wenig Beachtung. Ja, das klang gerade eben ja ein bisschen anders. Also das ist, weil du keinen Sarkasmus verstehst. Das war ein Test. Ich habe dich gerade mal getestet. Das mache ich mit einer potenziellen Person. Ja. Weil eine Person, die mich date, die muss halt schon mit mir umgehen können. Ja, also ich fühle mich da ein bisschen unwohl bei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde halt, in einer Beziehung sollte man schon füreinander da sein und nicht sich die ganze Zeit reinlegen. Ich gebe ja nicht nur, ich nehme ja auch. Du nimmst auch, ja. Hauptsächlich eigentlich. Hauptsächlich. Ja, also ich gebe eigentlich gerne, dann würden wir uns ja ergänzen. Ja. Weißt du eigentlich, woher das Wort geben kommt? Geben? Ja, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also ich habe auch so eine PowerPoint entworfen, die würde ich sonst gleich mal anmachen. Geben kommt nämlich aus dem Lateinischen von dem Wort gibre. Das Wort gibre wiederum kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Hand. Und das heißt, Wort genießt, gibst du mir jedes Mal deine Hand. Krass, ne? Okay. Also ich kann wirklich viel bei dir lernen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann können wir gerne ja mal gucken, was du mir noch alles beibringen kannst. In welchen Gebieten du noch so, ja, mir einen voraussetzt. Das ist ein ganzes Ziel, das kann echt dauern. Aber ja, also ich bringe Leuten super gerne was bei. Oh, das ist doch schön, ja. Also du bist auch ein sehr empathischer Mensch und auch viel für andere da und so. Absolut, wirklich, ja. Also total. Ich habe auch einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Ja, und außerdem siehst du doch, ich bin ja immer noch hier, ne? Ja, genau. Also solche Kommentare, da fühle ich mich ein bisschen unwohl, wenn ich ehrlich sein kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Test war oder nicht. Vielleicht wäre es cool, wenn du ein bisschen freundlicher zu mir wärst. Oh. Okay, okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja? Das versuche ich. Das kriegen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall hin. Ich muss jetzt auch gleich weiter die nächste Verpflichtung rumführen, wenn die halt immer so ist. Aber wenn du möchtest, kannst du noch einen Screenshot machen. Dann hast du irgendwie visuell noch mal was von mir, das nicht gerade da sein kann für dich. Ja, das werde ich sehr gerne machen. Genau, einmal bitte lächeln. Und wenn du das gerade an die Seite für. Ja. Genau, sehr schön. Wirkt ein bisschen gekünstelt, aber auch ehrlich ein bisschen auf der anderen Seite. Dann, ja, wie sieht es aus? Wollen wir uns denn wiedersehen, wieder treffen? Wann passt es dir so? Nee, auf keinen Fall. Spaß. Okay. Von 21.15 bis 22.15. Ja, das ist ein sehr direktes Datum, Zeitangabe. Ja, das kriegen wir hin. Dann machen wir das einfach. Okay. Wollen wir irgendwas machen, dass du auch mich angucken möchtest? Oder soll ich wieder nur mit der Stimme da sein? Och, die Stimme reicht, weißt du? Ist okay. Alles klar, okay. Nee, weiß ich Bescheid. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, ja. Und nicht mehr reinlegen, wenn nicht, ja? Alles klar, ich versuche. Alles klar, okay. Fündig Spaß vor mir. Ja, du bist schon sehr witzig, ja. Ja. Alles klar. Bis dann. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und das war die Szene. Das war die letzte Szene unseres Infoteils. Oh, sehr schön. Also, nochmal schön einen riesengroßen Applaus nochmal an Fischi, Michelle und Nele und für die Szene, die wir gerade gesehen haben. Ein riesen Applaus nochmal für Theo und natürlich für WeAsToYou. Und dann bitte zurück an Theo. Damit gebe ich das Wort, ebenfalls mit einem großen Dankeschön, dass wir das über diese Plattform machen dürfen, an Claudia. So. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe, liebe Holzköpfe, es war grandios. Es war fabelhaft. Bitte geht nochmal im Chat, gebt alles, schickt euren virtuellen Applaus. Ihr habt euch ja jetzt nicht nur in mein Herz gespielt, sondern bestimmt auch in das Herz von ganz vielen Zuseherinnen und Zusehern. Sagt uns doch mal bitte, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Seid ihr auf Social Media? Habt ihr irgendwelche Seiten, wo man euch findet, liken kann, folgen kann? Was für ein Zufall, dass diese Frage kommt. Nein. Klar, uns gibt es bei Facebook. Wir haben auch eine Instagram-Channel-Seite. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe es einfach, wir haben es einfach nur. So, da findet man uns, wer Interesse hat, selber mal Improvisationstheater zu lernen oder mal auszuprobieren, auch so in digitaler Form, über Studentenwerk, SH, bieten Simon und ich jedes Semester einen Workshop an. Der ist aktuell zwar noch nicht zu sehen, aber wenn man regelmäßig aktualisiert, wird er auf jeden Fall auftreten. Also das Angebot. Ja, das sind so die aktuellen Sachen. Ansonsten, die wichtigsten Infos gibt es über Facebook und Dingens, wenn wir mal wieder einen Auftritt haben werden oder sowas in die Richtung. Fantastisch. Also die Holzköpfe auf Facebook und über Studentenwerkkammern mit euch, bei euch lernen. Fantastische Möglichkeit. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch nochmal bedanken. Bei euch, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Und wünsche euch ein schönes Wochenende und gebe das letzte Wort. Nochmal an Theo. Und wir bekommen gerade aus dem Live-Chat noch die Meldung, dass das Publikum eine Zugabe fordert. Ach, okay. Es soll zu sein. Alles klar. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Also erstmal vielen Dank jetzt auch so von unserer Seite aus. Liked, abonniert unsere Channels und überhaupt followen. Und hast du nicht gesehen. Eine Zugabe. Ja, können wir machen. Die große Frage ist, was für eine wunderschöne Zugabe machen wir an dieser Stelle. Wollen wir ein schönes Chat-Roulette, wo doch mal alle drin vorkommen? Ja. Sehr gute Idee. Dann machen wir das. Das wird eine spannende Geschichte. Adrian, wir brauchen dich wieder aktiv als Sprachrohr. So, du kannst dich schon mal bereit halten. Und an den Chat. Und an den Chat. Schreibt mal bekannte Persönlichkeiten rein. Männlich, weiblich. Es können aktuell oder es können wahrhaftig lebende Personen sein wie Leonardo DiCaprio und Shakira. Wen auch immer. Ihr könnt auch fiktive Charaktere nehmen aus dem Star-Wars-Universum, Harry Potter-Universum. Was auch immer euch da gerade einfällt. Einfach rein spammen. Und die große Frage ist, wer möchte von uns gleich Gastgeber eines Chat-Rouletts sein? Der Hollywood-Variante. Also, die Leute wollen Fischer sehen. Als Fischer. Ja, Fischer. Ganz gute Geschichte. Ganz gute Geschichte. Wie auch immer das passieren konnte. Dann bin ich dann der Gastgeber, Theo. Dann bin ich ja ich. Dann wirst du der Gastgeber sein, Fischi. Alles klar. Wir kommen schon mehr Endpunkte. Wir haben Klaus Kinski auch nochmal. Fischi muss erstmal seinen Ton ausschalten. Das ist nämlich wieder ein Ratespiel. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu erzählen. Fischi gehört jetzt nicht mehr. Gar kein Problem. Die Kommentare prassen doch nur so ein. Vier. Okay, Fischi ist auf leise. Gut. Fischi ist auf leise. Der macht sogar die schalldichte Glocke an. Also, wir haben John Cena, Bugs Bunny, Bibi Bloxberg, Trump, Kurt Möber, Knossi, Heidi Klum, Günther Jauch, der Wendler, Klaus Kinski, Schreck und Dieter Bohlen. Boah, das sind, das sind, das sind, ja, ich kann mir sogar vorstellen, wer Dieter Bohlen geschrieben hat. Okay, sehr schön. Grüße gehen aus an einem Moment an dieser Stelle. So. Ähm. Habt ihr für euch Charaktere rausgehört, bei denen ihr sagt, okay, auf die habe ich Lust? Sucht euch mal zwei aus. Schreck oder Wendler? Mhm. Okay, ähm, Kurt Möber oder Gollum? Nehmt beide. So, ähm, ihr dürft beide gleich da. Okay. Dann nehme ich auf jeden Fall, äh, Knossi und, 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 äh, was, was gab es noch Schönes? Singeskan mittlerweile auch. Oder, oder Laura vom Wendler. Ich liebe Schubacca tatsächlich. Schubacca wäre sogar echt schnell. Okay, alles klar. Was meintest du gerade, Adrian? Äh, Laura vom Wendler. Oder Roland Kaiser. Auch mein Favorite übrigens. Alles klar. Okay, ähm, also ich bin auf jeden Fall schon mal Knossi, finde ich super, ähm, äh, Chewbacca. Und, ähm, belassen wir es dabei. Bei dem Rest weiß ich nicht, wie ich die Person darstellen soll, bin ich ganz ehrlich. Okay, cool. Ähm, dann, dann haben wir unsere Gäste für eine wunderschöne Chat-Olette-Hollywood-Party, äh, die der Fischi, äh, Herr Fischer gleich einmal erraten darf. Ich schalte mich auch schon mal aus, nachdem ich ihm ein Signal gegeben habe, dass er wieder sich dazuschalten darf. So, jetzt höre ich euch wieder. Du bist, du bist wieder da, Fischi? Ja. Ein Traum. Ähm, du hast eine sehr, sehr spannende Party veranstaltet. Ich bin, ich bin äußerst interessiert daran, ja, wie es so wird, ne? Es gibt dir sehr, sehr viel Spaß. Der Chat hatte sehr kreative Ideen. Boah, ich hoffe, ich kenne die Gästeliste, aber es ist ja meine Party. Also eigentlich sollte ich die ja kennen. Ich wollte gerade sagen, wen du eigentlich solltest du kennen. Das auf alle Fälle. Sehr schön. Dann, ähm, kommen wir nun ein letztes Mal dazu, einzuzählen mit drei, zwei, eins, los. So, bin ich mal gespannt. Oh, da ist schon die erste Person. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Du bist schon die Erste. Willkommen, Fischi, zu einer neuen Ausgabe. Ich, vorne und mir, ich. Und ich bin froh, dass ich heute hier sein kann. Ja, ich bin auch sehr froh und schön, dass du auch so begeistert von dir bist. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gehört. Was war jetzt los? Ich hatte vor kurzem irgendwie was in den Nachrichten von dir gesehen. Du bist ja schon berühmt. Kann man ja schon so sagen. Ist ja schon international auch. Ja, wie soll ich sagen, in letzter Zeit ein bisschen mehr wieder gemacht. Davor waren es halt ein bisschen weniger. Jetzt geht es wieder los. Ich habe jetzt auch einen neuen Podcast wieder aufgenommen. Geht durch die Decke, sage ich dir. Geht richtig los. Ja, du bist ja generell sehr erfolgreich. Auch im Fernsehen kann man dich ja auch sehen. Da habe ich dich ja auch vor kurzem gesehen. Ja, vom Fernsehen halte ich mich ja ein bisschen fern. Weißt ja, ich nehme meine Hose auf. Das ist ja eher so mein Ding. Wo trittst du bitte auf? Wo trittst du bitte auf? Ja, hauptsächlich auf YouTube. Du kennst auch meine Formate. Ich habe jetzt gerade wieder hier so diesen Synchro-Teil gemacht. Aber das hat echt weh getan. Ja. Und du hast ja den... Ich hatte jetzt vor kurzem wieder den Harry Podcast ja gesehen. Du hast ja eine neue Folge hochgeladen. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, Coldmirror, schön, dass du da bist, dass du wirklich mal Zeit gefunden hast. Ja. Kannst dich gerne reinsetzen. Ich habe leckere Kekse da und Gummibärchen. Und noch eine Wand. Die riecht nach Fleisch. Das ist schön. Und Pony. Ja, ach, da kommt schon gleich der Nächste. Schön, dass du da bist. Wo hast du mal einen Solo gelassen, Chewbacca? Aber kannst du gerne schon mal reingehen. An Solo kommt sonst später. Ja, tschüss. Oh, da ist ja endlich mal jemand. Ja, genau. Ich habe gerade noch Chewie reingelassen. Aber schön, dass du es auch geschafft hast. Ja, sag mal, ich muss erst mal fragen, wie alt bist du so? Ich bin jetzt 25 geworden. Aber das ist ein bisschen alt für mich, muss ich sagen. Das ist ja eher so ein bisschen jünger, ein bisschen knackiger. Ja. Das ist schon cool. Aber also minderjährig ist ja schon, wollen wir mal nicht so sagen, ne? Ja, aber 18 wäre ganz nett, ne? 18 wäre ganz nett, genau. Hast du dich jetzt, bist jetzt aus Deutschland, bist ja raus, ne? Deutschland ist ja eine GmbH und so weiter. Ja, ich habe meine Musik, meine eigene Musik an den Hintergrund. Ja, das ist mir so egal. Darum, lieber Wendler, komm, geh einfach rein. Mach deine Musik bitte nicht an. Und hör auch auf, über deine komischen Fantasien zu reden. Ja, vielen Dank. Kau mal weiter, vielleicht finde ich weh in der Beschreibung. Ja, halt die Schnauze, alles klar. Tschüss. Oh, hallo. Wie spät ist es, mein Schatz? Schatz, schön, dass du auch da bist. Es ist gleich 19 Uhr, also jetzt, wo die Gäste auch eintrudeln sollten. Ich hoffe, Schatz, den Ehering, den ich dir gegeben habe, du bist schon ein bisschen besessen damit, muss ich leider sagen. Ich habe den, nee, 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 genau. Ich habe noch den anderen Ring im Schlafzimmer, also Gollum oder Smergol, wenn du möchtest. Einfach, genau. Schön, dass du einfach weggehst, ohne mit mir zu reden. Das habe ich immer sehr gern, gerade auf meiner Party, wenn niemand mit mir redet. Und da kommt auch schon der Nächste. Moment, ich habe es gleich. Warte. Technik ist schwierig für alle, ja. Aber ich sehe dich, ich kann es sehen. Bin ich jetzt live? Du bist, oh, sogar mit Partyhut, wie cool ist das denn? Ja, also ich habe eigentlich immer eine andere Kopfbedingung mit dabei, ne? Aber es ist auf jeden Fall auch Goldnehmer mit auf dem Kopf, ne? Also ich will das mal sagen, ne? Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Ja, also ich finde, ich finde schön, dass du so wild drauf bist. Also Energie ist auf jeden Fall da. Du bist ja schon länger nicht mehr im Fernsehen gewesen, ne? Deine Show ist ja leider nicht mehr da. Komm, seien wir doch mal ganz ehrlich, ne? Das war der Startschuss, ne? Ich bin ja auch so ein typischer RTL-Gänger gewesen. Ich habe ja alles durchgemacht, ne? Aber jetzt wirklich hier, ne? Ich sage dir, ich sage dir hier, live online hier, diese ganzen Casino-Dinger, ne? Du musst das mit der Eige machen, ne? Also ich möchte nicht, dass meine Zuschauerschaft glücksspielsüchtig wird, ne? Alles klar. Ja, genau, dann eins in den Chat, dass du da bist. Eins in den Chat. Lieber Knossi, schön, dass du da bist. Geh rein, Sorg für Stimmung. Krieg. Der König von Twitch ist auch da. Das freut mich natürlich sehr. Ja, sehr, sehr schön. Ich hoffe, ist meine... Nein, da kommt sogar noch eine Person. Entschuldigung, hier ladet mich so eine... Halt die Presse, Esel! Meine Gott! So. Ja. Schön, dass du bei meiner Party bist. Ich weiß, anscheinend hat das sogar einen schweren Tag gehabt. Ich muss erst mal meine Kerzen machen, Gott. Deine Kerze? Ja. Ja. Weil ich mir immer, wenn ich so ein Schlammbad mache, dann mache ich das immer. Ach so. Du bist ein bisschen grüner geworden, ne? Aber ich glaube, das ist ja für dich als Oga ganz gut, Shrek. Okay, natürlich. Kannst gerne reingehen. Der Esel ist... Den lasse ich auch extra nicht rein. Muss dir keine Sorgen machen. Das ist gut. Ich komme echt drüber jetzt. Das reicht mir hier. Genau. Ja, dann viel Spaß. Und ich habe auch ein bisschen Schlamm und Schleim und eklige Schnecken. Habe ich extra für dich zurückgelegt. Perfekt. Bin gleich da. Alles klar. Schön, dass du da bist. Das freut mich. So, ich hoffe, jetzt ist meine Party vollkommen. Ich kann nochmal gucken, ob noch jemand kommt. Oh, da ist noch jemand. Nein. Das waren... Nein. Das waren meine Party. Aber es waren auch sehr viele Gäste. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, dann nochmal ein großes, großes Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, geht auf die Facebook-Seiten von uns, Holzköppenimpro, aber auch von WeAreCAU. Abonniert am besten den Channel. Ich habe gehört, den gibt es bei YouTube. Irgendwie müsst ihr es ja gesehen haben, nicht? Das war es von unserer Seite aus. Claudia, gibt es noch was von dir abschließend zu sagen? Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dem wunderbaren Publikum, das so aktiv mit geschrieben und mit interagiert hat. Es hat riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch auf unser Live-Experiment eingelassen habt. An euch, liebe Holzköpfe, an euch, liebes Publikum. Ich bedanke mich auch nochmal an unsere Lehrveranstaltungsleiterin, an unsere Seminarleiterin Jackie, dass sie uns dabei unterstützt, so lustige Varianten von Filmemachen auszuprobieren. Und wünsche euch alle noch ein wunderbares Wochenende, einen schönen Abend und wir freuen uns auf die nächste mit euch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.